Die Räume schiebt auf eine Schicksal. Diese Schicksalwaffe schiebt nach. Wacke ihn zurück! Ich stehe mich zurück. So, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, komm schon Ab mit dir Ja, nein 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 Ach, verdammte Boah alter Ah, guck mal an. Äh, ne, ist klar. Ja, sicher. Ja, sicher. Boah, alter. Na, entschuldig. Na, komm schon. Wo ist er denn? Denkst du gar nichts? Hilfe! So. Boah, alter. Oh, das sieht nicht gut aus. Okay, einmal eine andere Kasse. Oh, komm schon. Na, komm. Komm. Yes. Komm schon. Kampson 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 Yes! Ja, Baby! Yes, man! So muss das sein! Richtig gut! Und irgendwie kriegen wir jeden hin. Und 노ren, zwei Jahre später eine Bundeswehr zu bes discussion subjektive und über das Wurzell. Ein Selbstctituerer hat sich um sich zu einem bestimmten, zu einer gewissen ... Vermisszell, ein der größten INFETD vor dem anderen ... Ich erinnere mich. Die größte? Als die B 2024-Fiz entlang. Nicht zu sagen, der einzige größte Investor in Dr.Hur-Militerin im Reimungs-Impfeder. Ich denke, das решiert die Frage, wer macht Desperado? Marshal und Desperado in Masse zusammen. Das sollte ein paar lustige Händler machen. Händler? Das ist World Marshal und ein U.S. Senator. Es gibt keine Händler. Selbst ohne die Patriots-Filter, kein Major-Media-Outlet will investigieren Angelegenheiten wie diese. Es wird finanziell und politische Suicide. Also, wir, was? Sitze, während sie auf die Kinder schrauben? Stande, während sie eine Arme von Cyborgen? Du hast sie gehört. Wir verletzten ein Lab, sie verletzten ein. Sie planen etwas großartiges, Kev. Wir können nicht nur warten, dass es passieren kann. Wir müssen sie zuerst, und sie zuerst, wo es funktioniert. Nein, Raiden, nein. Ich weiß, was du denkst. Und einfach nicht. Colorado ist in Amerika. Und Amerika hat diese Dinge called Laws. Mhm. Und die Verpflichtung in Denver wurde privatisiert, und verabschiedet, auch. Marshal! Ja, so was? Es gibt immer Laws. Und es ist ihre Händler, für Christ's sakes. Du fährst direkt in die Gefangenen. Ich habe nicht gesagt, es wäre einfach. Wir werden es herausfinden, wenn die Kinder sicher sind. Jesus Christ! Kevin, weg! Oh, ja. Finden sie... Äh, finden sie die gefangenen Kinder. Hoffentlich finden wir sie auch. Was ist das so? Kontakt! Meine Freunde! Alter! Sag mal! Hallöchen! Ich bin nicht. Ach! Was ist das denn? Jetzt. hallo hallo jetzt ah an artificial blood cryopreserver they must have begun preparatory freezing what do you mean that device is filled with synthetic blood plasma it can slow the metabolism of a harvested organ circulating this plasma to sustain oxygen levels you can preserve an arm a brain anybody part for Ja. Gut, das haben wir dann auch. Wir gucken mal weiter. Wir werden irgendwas machen. Okay, haben wir sie gefunden. Oder gibt es jetzt eine Barke? Okay. Oh nein. Was? Ich bin einfach. Not right there! George! Raiden! You've heard of chloroform? I've fallen anesthetic in smaller doses. But breathe too much of it? And adios muchachos! Oh, dieses Arschloch! I won't ask again! Ich muss mich jetzt aber nicht entscheiden, ne? Are you sure? Hm? Are you ready? My life knows so precious! What if we can take this scunt to hell with me? Kajete! That's all I needed to hear. Stop it! Now! I'll kill him, I swear! No! 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 Oh, that's so much for my little heart! HY99 Dan YAY! HONG- dime! Okay! Errungstraft eingeschaltet! Datei R62, status geschlossen. mariachi mariachi kleidung freigeschaltet okay und nicht schlecht sehr schön wir gucken mal auf unseren körper was haben wir denn da kommando panzer der ist neu ja ich weiß nicht war ich weiß nicht den würde ich ganz gerne kaufen wenn ich ehrlich bin dann rüsten wir den mal aus da würde ich ja noch sehr sehr geil fände den inferno panzer gut nichts dazu tropfen hau hauptwaffe hauptwaffe würde ich auch gerne verbessern oder eine neue kaufmung erst so 200.000 kp kraftverbesserung absolut sonst eine aktualisierte version der in redens habe körperwandernden firmenwelt zur verbesserung der fähigkeiten seiner wachwertung okay aber ich würde erst mal glaube ich ein bisschen auf leben gehen wollen lieben so wenn das geht geht sehr schön leben kann immer gebrauchen sehr schön sekundärwaffe kann auch was machen zur verbesserung ja gibt es 12.000 die würde ich mir auch gönnen weil ich finde diese auch sehr sehr geil so für 3000 gibt es glaube ich nichts mehr gut alles klar machen wir das jetzt fertig hier ich bin sehr gespannt wie der körper jetzt ist mit der neuen rüstung ansonsten würde ich in der tat wirklich wieder die alte nehmen oh yeah police are still investigating a motive president hamilton is on his way to the middle east this morning for his scheduled visit with pakistani president faruk salam the meeting is viewed as an attempt by the u.s. to strengthen relations amidst a surge of anti-american sentiment in the region joh mein ninja brother george george good to see you up and about how you feel it never better nah no pain normal for star while them hunger space eat and me never ever feel so away nah that's because your blood sugar levels are being maintained automatically beats the hell out of coffee oh we've been here you go one of them scone in the base why do i say you're not take me with ya huh damn it doc sorry kid you'd just be in the way oh besides i thought she didn't want to be a killer right me don't but killing isn't fun and games remember that right right that's all i needed to hear now it yearns to bathe in the blood of your enemies but you hold it back yeah just remember that oh yeah what is this comic you cannot resign sorry for us it's done can't have a maverick employee and Wir sind nicht in ein Corporate Raiding, können wir? Du kannst zumindest mit mir sprechen. Nein. Es war Zeit, um den alten Team zu entfernen, Boris. Pass-time. Du kannst nicht auf Marshal all bei dir selbst. Ich werde nicht sitzen lassen, während sie die kleine Kinder und schnauern ihre Parts wie meat. Es ist verrückt. Es ist nicht so einfach, Ryder. Sie verwendet die Brüder legal. Für die Medikation. Es ist alles klar. Being legal macht es nicht richtig. Ryder, ich... Hold that thought. Fuck you asshole! Fire! Nein. Oli. Ist das nicht wahr? Nori. I will control ahead. Military Cyborg, you are not licensed to operate in this area. You are in violation of state and federal law. Guess you better arrest me, then. You are in violation of state and federal law. You are in violation of state and federal law. You are in violation of state and federal law. 18-3104.7, threatening a peace officer. Deadly forces authorized. Hey ho, let's go. Oh ja, du, ich mach den Körper sehr. Ja, tut mir leid, Leute, das ist euer Herr schon mal so richtig nennen. Es tut mir sehr leid. Oh, 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 oh. Aber er wisst ja, wie das ist, ne? Na komm her. Wer bist du denn? alter danke ja dankeschön so so nur noch baut es kaputt machen so auch sagen cabrio so schalten sie alle polizisten aus der mal nicht möchtet dann mei das so vielen dank da wollen wir mal weiterlaufen was geht es los hier mach ich ich folge dir was zur Hölle nicht wieder solche Kackviecher ach komm schon was ist mit euch ja 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 ich spiel sind so geht doch endlich kaputt Geh doch endlich kaputt, verdammte Scheiße. Oh, na, geht doch endlich kaputt, komm schon. Geh kaputt. Geh kaputt. Geh kaputt. Geh, doch kaputt, alter, wieder neuer oder was? Boah, okay, ich würde sagen, wir beenden die Aufnahmen erstmal und danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.